Das haben wir die ganzen Jahre auch nicht gehabt. Hochwasser am Tegernsee. Die Liegewiesen, wo man normalerweise hätte baden gehen können, stehen alle unter Wasser. Das ist das, was wir die ganze Zeit haben. Les pieds dans l'eau, sagt der Franzose. Die Füße in Wasser. Da ist der Steg komplett abgesoffen. Die Füße in Wasser. 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 Die Füße in Wasser.